So, jetzt bin ich hier abgefahren nochmal. Es ist ja unglaublich. Schaut euch mal dieses Tal hier an. Echt irre. Da war so ein altes Schloss. Das ist ja unglaublich. Wow, ich weiß gar nicht, wo der Krach herkommt. Das ist ein bisschen gruselig. Ich bin hier auch wieder komplett alleine. Also ist ja wieder nichts Neues. Jetzt habe ich glatt vergessen, wie diese Grotte hier hinten heißen muss. Ach, ist das irre. Das kann doch nicht sein, dass hier alles offen ist. Ich habe mein Auto auch einfach oben stehen lassen. Wie gesagt, hier ist kein Mensch. Außer ihr seid jetzt wieder mal bei mir. Das ist ja krass. Wenn das hier offen wäre, das wäre echt der Hammer. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber irgendwie sieht das, naja, gruselig aus, oder? So schwarz. Schwarz. Ich bin ja froh, dass das noch nicht ganz so dunkel draußen ist. Sonst hätte ich wahrscheinlich nicht angehalten. Aber das ist ja schon mal was Außergewöhnliches. Da ist auch so eine kleine Höhle. Also toll. Wie im Märchen. Also das ist ja verrückt. Also die Ausschilderung muss ich aber ganz ehrlich sagen, gut, ich habe es jetzt nicht gesucht. Aber die Ausschilderung war wirklich grottenschlecht. Hätte ich diesen, grottenschlecht im wahrsten Sinne des Wortes, hätte ich diesen großen Turm dort nicht gesehen. Und diese Schloss-Ausschilderung, also wäre ich da nie reingefahren. Aber das ist ja nicht. Also es riecht aber auch nicht. Das sieht gruselig aus, finde ich. Als ob es riecht, aber es riecht überhaupt nicht. Also im Gegenteil. Riecht sogar relativ erfrischend. Na das ist ja verrückt, dass man hier einfach so reingehen kann, ohne dass man... Na ja gut, ist halt auch Kinder-Saison, ne? Wahnsinn. Verrückt. Mein Gott, ein bisschen gruselig ist das schon. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Eigentlich ist nur gruselig, dass es gleich dunkel ist. Wow. Mein Gott, ist das groß. Oh, so schön sauber. Aha, jetzt wisst ihr, warum das nicht riecht. Weil es alles schön sauber ist. Na ja. Ein bisschen Wüst sieht schon aus. Ach, hier auch alles so schwarz. Ist ja echt verrückt. Oh, irre. Alles so... Also, das ist irre, oder? Es werden diese Algen sein, aber dass die so dunkel sind. Boah, ist das groß. Ist ja unglaublich. Also wenn ich jetzt schreie und mich erschrecke für irgendwas, dann ist es richtig laut wahrscheinlich. Wow. Ist ja echt gigantisch. Wahnsinn. Verrückt. Und alles so offen. Ich hoffe, dass das richtig ist. Ihr seht, niemand da. Kein Mensch. Jetzt ist natürlich doof, dass es so dunkel ist. Boah. Toll. Wirklich toll. Habt ihr Stutz hier nicht noch, aber gut. Bis in die Ecke gehe ich noch mit euch. Sonst mache ich mir alleine in die Hosen. Es stand nicht mein Auto irgendwo auf dem Parkplatz oben. Wahnsinn. Das ist ja echt gigantisch. Wobei die kleine Taschenlampe wahrscheinlich nicht viel ausmachen wird. Ah, falsch rum.